Musik Die Firma August Förster ist bei Klavierspielern seit langem ein richtiger Geheimtipp. Kunsthandwerk in absoluter Perfektion ist der minimale Standard, den sich die 39 Mitarbeiter auf die Fahne geschrieben haben. Doch was macht einen Förster denn eigentlich wirklich aus? Das Modell 190 mit 190 cm Länge ist die absolute Legende und hat einen absolut unglaublich breiten, tiefen Sound und ist einfach quasi durch nichts zu übertreffen. Ich erzähle euch in diesem Video etwas über die Tradition dieser Firma, die Konstruktionsmerkmale des 190ers. Ich erkläre euch was über die Spielart und nehme euch mit auf eine Reise in ein ganz, ganz, ganz traditionelles Sachsen. Freut euch! Willkommen zurück! Wenn man die Website der Firma besucht, kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen, was der Frau Förster als Chefin eigentlich wirklich wichtig ist. Und das ist Tradition. Das ist jahrzehntelanges, unter den Mitarbeitern vermitteltes und überliefertes Fachwissen. Der Produktionsstandort von August Förster ist Löbau. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Bautzen. Sagen wir für euch Dresden. Das kennt zumindest jeder. Die Regionalität, das Made in Germany und die kurzen Lieferketten sind dem Team Förster unglaublich wichtig. Die Firma wurde 1859 gegründet und ist ausnahmsweise endlich mal eine Firma, die älter ist wie ich. Die Produktionszahlen mit 120 Klavieren und 80 Flügeln lässt er ahnen, dass hier so ein streng limitierter Manufakturgedanke dahinter ist. Das Kunsthandwerk ist hier in absolut höchster Präzision zu finden. Zum Flügelmodell. Das 190er Modell von Förster ist quasi der Klassiker. Das ist aber, ja, das ist jetzt keine Überraschung, weil 190 ist nun mal eine schöne Größe für jedes Wohnzimmer oder auch für jedes Studio. Der Preis des Försterflügels liegt bei 50.000 bis 55.000 Euro. Sonderausstattungen sind in der Preisliste jetzt nicht zu finden. Da muss man danach fragen. Man bekommt auch ziemlich alles, was technisch auch machbar ist. Okay, der Flügel in langweiligen Zahlen zuerst. Der Flügel ist 190 Zentimeter lang, daher kommt auch das Modell 190. Er ist 154 Zentimeter breit und hat einen Kniestock von 62 Zentimetern und wiegt 375 Kilo. In diesen Zahlen kann man sich jetzt noch nichts Besonderes vorstellen oder erkennen. Das ist jetzt nicht irgendwas Besonderes. Was macht den Sound des Flügels derart groß? Die Mensur, die hilft natürlich, also die Mensur, müsst ihr euch so vorstellen, ist immer das Verhältnis von Seitenlänge, Seitendurchmesser und Seitenspannung. Und die Mensur, die hilft dem Flügel natürlich schon groß zu klingen. Ich habe auch einen Agrafenabgriff bis zum Diskant. Im oberen Diskant habe ich dann einen Carbonaster. Und ich habe im Übergang vom Stahl zum Bass die drei Seiten, die einen Ton ergeben, sind mit ganz feinem Kupferumsponnen. Wir Klavierbauer lieben das von Herzen zu stimmen. Aber es hilft, weil es ein sehr angenehmer Übergang ist von der Mittellage zum Bass. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Aber die eigentliche Größe des Resonanzbodens ist in diesem Fall die Methode schlechthin. Man hat von vorne gesehen einen ganz normalen Flügel. Der Korpus geht aber zum Hintern hin auseinander. Und dadurch erzeuge ich eine sehr große Bodenfläche. Und mit dieser großen Bodenfläche habe ich einfach einen unglaublichen Hup und einen sehr, sehr großen Schalldruck. Dazu muss man sich immer die Einheit der Rippen noch dazu vorstellen. Die Rippen tragen den Resonanzboden. Die tragen die Seitenspannung. Und diese Rippen müssen natürlich auch speziell gestaltet sein, dass sie diesen überbreiten Resonanzboden gut tragen können, ohne die feinen Schwingungen abzudrücken. Das macht Förster einfach super. Der Rast des Flügels, auf den der Resonanzboden gespannt ist, ist in einem Mehrschichtverfahren aus einem Mix von Fichte und Buche hergestellt und verleiht dem Flügel noch mal noch mehr Stabilität. Und genau das ist es, was den Flügel ausmacht. Eine unglaubliche Stabilität und ein großer, quasi riesiger Resonanzboden, der noch dazu in einem speziellen Verfahren hergestellt wurde. Darf ich aber nicht verraten, wie das geht. Aber es ist wirklich etwas Einzigartiges. So, jetzt haben wir uns das Innere des Flügels angeguckt. Vom Gehäuse her zieht sich die Stabilität eigentlich auch durch. Also ich habe sehr breite Seitenarme. Ich habe einen Keil, der das Gehäuse ein bisschen kaschiert, damit ich das Notenpult geradeaus reinkriege. Ich habe eine Klappenbremse, die auch funktioniert. Und ja, ansonsten ist er sehr stabil gebaut. Macht eine Aussage. Es sind jetzt keine großen Designwürfe dahinter. Ist ein guter, schöner Flügel, der auch was hermacht. Und als nächstes zerlege ich ihn jetzt für euch. Und wir gucken uns die Mechanik an. So, nachdem ihr euch einen Kaffee geholt habt, habe ich den Flügel mal kurz auseinandergebaut. Ich habe hier eine Rennermechanik drin. Natürlich, in einem guten deutschen Flügel gehört auch diese Mechanik rein. Die setzt Maßstäbe, das ist ganz klar. Die Kombination aus Tastlänge, Hammerköpfen. Und ihr müsst euch das so anschauen. Diese Tasten werden vom Bass bis zum Diskant hin kürzer. Und die Hammerstiele, die Länge ist fixiert. Und diese Kombination aus Tastenlänge und Hammerköpfen ist ein langjährig entwickeltes Gesamtkonzept. Und ich kann euch noch dazu verraten, durch die ordentlich langen Hammerköpfe bekomme ich sehr viel Energie, punktgenau, auf die Seite. Und ich habe nicht nur einen guten Anschlag, sondern ich habe auch ein sehr, sehr gutes Absprungsverhalten von der Seite. Dadurch wird eine enorme Repetitionsgeschwindigkeit ermöglicht. Das ist einfach ein wunderschönes Gesamtkonzept. Der Flügel hat ganz klar ein Sostenudelpedal. Und die Dämpfung arbeitet auch sehr leicht physisch, ohne große Eigengeräusche. Du hast immer das Problem bei einem Flügel, der sehr, sehr viel Energie von sich geben kann, dass du eine ordentliche Dämpfung hast. Wenn du eine schwere Dämpfung machst und dann den Ton ordentlich eindämpfen kannst, hast du auch immer ein matschiges Spielgefühl, weil du im Finger diese Dämpfung auch heben musst. Försters haben das super gelöst. Es ist alles leicht füßig. Und sowieso, bei dieser Mechanik hast du immer das Gefühl, dass alles leicht füßig ist. Und ich finde es so absolut faszinierend, weil Förster eigentlich so stabil und massiv baut, wie es halt ist. Aber mit dieser feinen Mechanik kannst du wiederum Farben und Töne erzeugen, die so herrlich frisch und klar sind, dass man gar nicht mehr aufhören will zu spielen. Und an alle Klavierspieler mit viel Anspruch auf eine präzise Spielart, hier werdet ihr fündig. Natürlich braucht ihr ein Zimmer, das ordentlich atmen kann. Das ist klar. Also nicht des Zimmers, der Flügel. Aber dieser Farbenreichtum ist einzigartig. Und genau diesen Farbenreichtum, genau das möchte ich euch jetzt mal vorführen. Achtet mal drauf, wie dieses Bassmonster trotzdem ganz klar aufgeräumte und trennscharfe Töne produziert. Es ist kein undeutliches Gematsche, sondern es ist einfach schön klar, crisp und einfach wunderbar zu spielen. Bleibt dran. 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 Amen. So, Leute, ihr habt es lange genug mit mir ausgehalten, ich belohne euch hiermit mit meinem Fazit. Wir haben uns heute einen Flügel angeschaut, der randvoll mit Tradition ist. Er ist aber nicht angestaubt oder von irgendeiner neuen Mode im Klang oder im Spielverhalten überholt worden, sondern der ist state of the art, der ist aktuell alles, was du hören willst, alles, was du konsumierst, prägt dir dein Verhalten oder deine Wünsche. Alles, was du möchtest, das kann dieser Flügel. Der hat seinen rechtmäßigen Platz in der Klavierkultur, in der deutschen, absolut fest gesichert. Wer als ambitionierter Hobbyspieler einen Lebenstraum verwirklichen will, der kommt überhaupt nicht dran vorbei, den mindestens einmal auszuprobieren. Wer ein Arbeitsgerät braucht, das jahrzehntelang Spaß macht und zuverlässig ist, der wird hier genauso glücklich. Ich gönne diesen Flügel jedem, der ihn möchte. Ich würde aber sagen, dass ein blutiger Anfänger ohne eine Anschlagskultur wahrscheinlich etwas schnell genervt sein könnte, weil der Flügel eben auch ganz hochpräzise alle Fehler mit einer mächtigen Lautstärke quittiert. Du hast eine gründliche, massive und eine sehr, sehr steife Bauweise des Flügels kombiniert mit einer unglaublich leihfüßigen Spielart. Sowas findet man selten. Und was ganz klar ist aus monetärer Sicht, wenn man einen konstruktiv ausgereiften Flügel hat, hat der einfach mit die beste Werthaltigkeit auf dem ganzen Markt. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich über einen regen Austausch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Thomas Kreisel. Ich bin Klavierbauer. Mein Geschäft heißt Klavier Kreisel. Wir sind in Fürth. Ich bin ein Klavierbauer in der sechsten Generation. Wir führen ein Fachgeschäft mit neuen und gebrauchten Instrumenten in Fürth bei Nürnberg. Ich wähle in regelmäßigen Abständen immer ein interessantes Instrument aus und bespreche das für euch. Und falls es euch gefallen hat, leistet ein Like da und abonniert mich. Dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr.